Musik Hallo Kukudoni, ich wüsste mich küsse euch. Heute sind wir live in Sion, die Schwestern Kusilja und stay blessed. Musik Halleluja Musik 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 Also ich bin Priscilia Maroon, bin 21 Jahre alt, ist Singer und ich erfülle die Ehre-Gosses. Musik Musik Halleluja, you have won it all for me Death could not hold you down You are the risen King I live in Essen, I bete in der Gefängnisgemeinde in Essen You are the risen King Say halleluja Halleluja You have won the victory You have won the victory Halleluja You have won it all for me Death could not hold you down You are the risen King Seated in majesty You are the risen King You are the risen King Hallelujah You have won the victory You have won it all for me Halleluja You have won it all for me Death could not hold you down So, mein Vers ist in Johannes 16, 30 Alle Menschen, die mir dein Vater gibt, werden zu mir kommen und keiner von ihnen werde ich je abweisen Also das heißt Auch alle Situationen, die du gerade bist Sei es du hast Probleme Etc Der Herr wird dich niemals abweisen Auch wenn du dich gerade schwach fühlst Auch wenn du in diesem Moment bist Der Herr ist nicht mehr bei mir Ich spüre den Herr nicht mehr Genau da ist der Herr Und der wird dich niemals abweisen Und dieses ist mein Lieblingsvers Vielen Dank. 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 Vielen Dank.